Jetzt kommt was, glaube ich. Hast du schon Angst, oder was? Ach was, ich freue mich. Ich hab Angst. Ich sag mal so, schön gemacht ist es, ja. Ist ja schön hier. Kann ich irgendwas aufnehmen? Ja, äh, warte mal. Warst du schon hier? Nee. Okay, dann nicht die Dinger nehmen. Okay, nicht die Pflanzen nehmen, alles klar. Derjenige, der die Pflanzen nimmt, was macht der eigentlich? Keine Ahnung, wenn man nicht diese Pflanzen nimmt, dann wird man außerhalb... Ach, die Leuchten, genau, das war das. Und das Leuchtende hält die Piranhas ab. Das heißt, einer nimmt so eine Leuchtkugel und der gesamte Trupp muss geschlossen rüberschwimmen. Also man darf nicht zu weit von den anderen entfernt sein, beziehungsweise nicht zu weit von demjenigen, der die Kugel entfernt hält, äh, der die Kugel hat. Und der nimmt auf dem Weg, glaube ich, auch an jeder Pflanze eine neue Kugel auf oder sowas, ne? Ja, also immer wieder so eine Pflanze mitnehmen zwischendurch auf dem Weg. Genau. Und dann gibt's irgendwo so Unterwasservulkane, die qualmen ganz fürchterlich. Also nicht so diese Raucher hier vor uns, sondern... Ja, es ist so grusches, rötliches Leuchten. Genau. Und wenn man da drüber stehen bleibt, da ist man im Grunde im sicheren Bereich, da kann man eine Pause einlegen. So, jetzt muss nur einer vorschwimmen. Wer will? Äh, du. Nee, äh, das ist keine gute Idee, glaube ich. Dann, äh... Das ist ein Vulkan. Fester! Nee, nee, nicht mal... Äh, halt, Moment, nicht mal... Okay, jetzt müsst ihr nochmal zurückkommen. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt bis zum nächsten? Genau. Wo ist denn hier so eine Kackpflanze? Ach, hier. Ist noch ein Typ am Meer dran. Jetzt? Oder? Da links ist er, ne? Warte, 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 stopp, 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 stopp. Er hat kein Blümchen. Und go. So. Nächstes hier oben drauf. Auf diesem... Ja, wenn wir jetzt nach da rüber... Hier so... Da siehst du schon, das ist so doofer Kreid rum. Ja, ja, genau, darüber ist er. Hä? Und go. Da, wo ich's markiert hab, ist dann, ja. Ach, da. Wir müssen erst weiter nach hinten. Dass wir in den... Ja, wir in das rote Zeug kommen. Sonst wir so Matsch. Jetzt ist jemand noch... ...tot hier rüber geschwommen. Da haben wir jetzt sowas für Action. Da haben wir jetzt sowas für Action. Wir haben von irgendwo noch wen... ...noch wen mitgezogen. Noch einen anderen. Äh, Arne? Bist du ein Netz gezogen hier? Komm noch mehr irgendwie. Ich seh überhaupt nichts mehr hier. Fürchterlich. So, jetzt müssen wir da links durch dieses kleine Loch da, ne? Willst du mal... ...ein Target machen? Ich seh nämlich... Ach, da. Ink. Wieder ink. Ink. Down. Komm rüber, wieder. Ja. Durch den... Durch den Gang da mussten wir glaube ich auch irgendwie uns immer abwechseln mit den... ...Pflanzen. Da musst du zwischendurch immer wieder eine aufnehmen. Okay, wollen wir? Jo. Jo. Boah, warum krieg ich das Ding denn nicht? So, jetzt. Hier kommen wir, oder? Ja. So, und wo ist die nächste? Und die Richtung in die... Hier runter, hier runter, hier runter. Krieg ich das Ding nicht? Ihr müsst nur jetzt noch einmal da durch, denn hier unten ist wieder hell. Dann seid ihr durch. Ach, hier ist hell. Haben wir es geschafft. Ja. Genau. Stopp. Da ist der Boss. Ist ja gut. Kann der was? Ja, macht eigentlich die ganze Zeit nur andere...